Die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, die haben wir 2016 wahrscheinlich alle falsch beantwortet. Das waren keine einfachen Zeiten zuletzt. Es gab auf der einen Seite viel Storno und auf der anderen Seite ist vieles in die Online-Welt gewandert. Und die große Herausforderung dabei ist, das wirklich lebendig zu gestalten, die Interaktivität hochzuhalten, die Energie im Raum. Und wenn wir ehrlich sind, wir Trainer und Coaches, dann haben viele von uns diese Herausforderung auch Face-to-Face. Da können wir alle dazulernen. Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, mal in die eigene Entwicklung zu investieren und die Trainerskills auf ein neues Niveau zu heben. Wir Ausbilder von der DIKT Academy, wir haben in vielen Ländern trainiert, wir haben den DAX rauf und runter trainiert. Wir wissen, dass Sea-Level nicht die Meeresoberfläche ist und wir kennen auch den Mittelstand. Mit anderen Worten, wir sind alte Hasen und wir geben jetzt unseren Erfahrungsschatz weiter.